Ah, mein Abon! Aber Dead Silence ist krass. Heute spiel ich Dead Silence mit Martin. Ich mach eine Gruppe. Du musst aufs Spiel und dann auf meine Gruppe. Ich weiß, geh aufs Spiel und dann da wo meine Gruppe ist. Also da wo Slayer... genau. Machst du gerade ein Video? Ja. Okay. Wo ist er? Ja. Oma Savic. Ja. Klazi Buzi Babic. Ja. Ja, okay. Mach doch einfach. Oh, wieso? Mach der nicht. Das? Martino. Oh, ich bin da. G. G. Null. G. Minus. Null. Drei. Drei. Eins. Hattest du schon alles auch morgen eingepackt? Ja. Gigi, wir sind Martin, wir sind sowas von guckt. Oh, hier ist was. Vermisste Person. Leslie... Was? Leslie während der Patrouille verschwunden. Patrouillenwagen am Stadtrand aufgegeben gefunden. Gigi Smarty, wir sind guckt. Oh. Gibt's irgendwas, was wir aufheben können? Oh, wir müssen einen Hammer finden. Komm hier. Geh, diese Tür ist zu. Hier lang, hier lang. Glaub ich. Oh, wir sind sehr gut. Keine Ahnung. Oh, wir haben den Hammer. Oh, hier ist ein Frosch. G. 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 Oh, ja... Oo. ир sieht auf jeden Fall nicht gut aus. Sieht er relativ ungesund aus. Ouh. Oh, du ist ein Zug. Da hinten ist ein Licht, sollten wir da hin gehen? Ja. Lass mal in die andere Richtung gehen. Oh, wir können da nicht durch... GG, Digga! Wir sind so was von guckt, Digga. Wie könnt' ich mal in die andere Richtung reingehen? okay kann man rein kommt alles klar martin wir sind guckt peace out ich kann nicht mehr und ist irgendwas ist ein schlüssel dort ist irgendwann irgendwas zwei hände ist das okay wir müssen jetzt zurück okay martin bevor du zurück gehst nein 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 martin wo du zurück gehst du hast echt ein guter freund von mir du auch wenn wir jetzt da rausgehen müssen ich gehe nie wieder da spiel das spiel okay martin wir sind guckt los ich kann nichts machen müssen wir da rein warte mal wo ich kann ich mal jumpen ich komme da nicht mal drauf ich glaube wir müssen da hoch aber wie ich kann hier nicht jumpen 0 jamska bruder 0 das einzige was mir gerade was ich gerade ein bisschen out kriegt ist diese stimme komm hier komm hier komm hier ich bekomme jetzt kein jumpscare oder nein okay es war ein neid mehr also kommen wir raus nein wir brauchen bestimmten schlüssel was hier mein name ist lessee witte oder war hier gefangen dieser vermisse ich habe einen überblick über die tage verloren an denen ich hier war mein geist neigt dazu weit und tief wie der ozean zu wandern während ich im wasser tiefer und tiefer sinke bis es nichts als dunkelheit bekommt schaue nicht schaue nicht zurück was ist das ich höre irgendwas wo hörst du das das ist glaube ich eine schule ich hast auch schule hey du gehst vor ich mache jetzt vor ok 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 los jetzt sind das wir sind einfach im gefängnis gg's würde ich mal sagen im gefängnis was haben wir eigentlich verbrauchen dass wir im gefängnis sind und wieso habe ich gerade den jobs kann meines lebens bekommen ok in die zelle 1 gehen wir auf jeden fall nicht das steht schon mal fest ich bin bewaffnet ich bin bewaffnet ich bin bewaffnet ok da werde ich auf jeden fall nicht rein gehen da auch nicht ok erstmal nicht da rein gehen wir zuerst die erste ok ok gut dann gehen wir zuerst die erste ok 1 gut 3 3 3 4 5 Oh mein Gott, Digga, Junge, ich habe gerade den Japs von meines Lebens bekommen, oh mein, oh mein. Bro, ich gehe da noch nicht rein, was kommst du, wer ich bin, was kommst du, wer ich bin. Ey, Digga, na, na, bro, na, na, na. Ey, lass uns zusammenrein. Okay, 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 ey, ich will sie gönnen. Komm, lass es einmal machen. Willst du da? Okay, komm, komm. Drei, zwei, eins, rein! Eins, go, 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 go. Bro, die hat mir gerade so, Digga, die hat mir noch nicht mal Jumpscare gegeben, aber ich habe einfach Jumpscare bekommen. Nein. Hier rein? Nein. Toilette. Nein, nein, nein. Hier? Hier? Oh, vielleicht Zelle zwei. Vielleicht hier, weil das hier war blockt. Okay, wir müssen, da glaube ich da rein. Wir können nirgendwo rein. Hey, ich habe jetzt einen Schlüssel, ne? Echt, ja, ganz hinten. Ja, lass mal gucken. Weil ich glaube auch, da war nämlich irgendein, ah ja, da. Zelle vier. Das ist so weird. Hey, hier kann... Bro, hier kann man nirgendwo rein. Vielleicht hier drin war noch irgendwas. Hey, ich glaube, hier drin war noch irgendwas. Da drin. Lass, lass rein. Hier. 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 Ja, hier drin, vielleicht. Ich glaube, wir müssen da rein. Hier, guck hier, guck hier, guck hier. Kann man ein bisschen reinpiken. Digga, da ist ein Vorhang offen. Ich schwöre. Hier ist irgendwas. Sollen wir reingehen? Ja? Okay, lass auf drei alle. Drei, zwei, eins, renn, renn, renn um dein Leben. Hier ist irgendwas. Oh, hier. Ich bin hinter dir. Du bist nicht hinter mir. Glaub mir, du bist nicht hinter mir. Hier steht nämlich, ich bin hinter dir. Du bist nicht hinter mir. Oder bist du's? Bro, da geht's weiter. Da hinten geht's einfach weiter. Warum buchst du diese Scheiße hier auf? Hier, hier. Hier, Martin, hier. Guck. Hier. Hier ist ein Eingang. Hier lang. Martin. Martin. Genau hier, wo ich gerade stehe, stand gerade ein Typ und hat auf uns geguckt. Gigi's wissen guckt. Ähm. Komm hier. Guck, genau hier stand einfach einer. Du kannst auch noch mal in mein Video reingucken. Nach dem. Was ist hier? Was ist das? Oh. Aha. Wir können die hier mit öffnen. Okay, lass uns jetzt gucken. Ich guck nämlich, wir waren in Zelle. Oh nein. Zelle 1 ist da, wo diese komische Schrift war. Ach nee. Wieso ausgerechnet Zelle 1? Die allerschlimmste von allen. Komm. Ich weiß, diese eine Frau, die hier so stand und hat so gepiekt. Ich hab, Digga, ich hab, Digga, Bruder. Das ist einfach gruselig, als hätte mir die, als hätte die mir einen Jumpscare gegeben. Martin, 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 bitte leck ihn nicht ab. Yo, ich geh da auf jeden Fall nicht rein. Das könnt ihr sowas von vergessen, bro. Ich bin auch da, bro. Gigi's. Ich bin weg. Dann krieg ich mich hier in mein Loch. Okay, komm. Komm, wir gehen zusammen. Komm, wir gehen zusammen. Komm, wir gehen. What the fuck? Was geht denn? Was? Hier ist gar nichts. Okay, hier ist irgendwas. Ähm. Martin, wir müssen da gar nicht durch, oder? Ich hab irgendwie die Vermutung. Bro, Martin, so. Ich stürme diese Scheiße. Ich bekomme sowas von Jumpscare, ich schwöre. Ey, Martin, komm zusammen. Komm zusammen. Auf drei. Hier. Hier rein. Hier rein gehen. Oh, okay, 3, 2, 1, go. Run, 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 run. Renn durch. Renn durchsum so scheißegal. Oh, wir sind. Martin. Martin, bleib ganz still. Bleib ganz still. Ich komm, aber nämlich, es ist nur ne Puppe. Ich weiß es aber nicht. Ach du heilige Scheiße, hab ich mich gerade erschrocken. Oh, hier geht's hoch. Jo, hier oben ist irgendwas. Hier oben ist irgendwas. Komm hoch, Martin. Jetzt bist du mal dran. Mann, ich hab nämlich gerade mit der Puppe geredet. Hoch. Komm, jetzt hoch. Hoch. Ich kann auch nicht hoch. Ich komm auch nicht hoch. Ich komm auch nicht hoch. Weird. Okay, diese Tür ist lockt. Man kann halt nicht springen. Warte. Ich guck nochmal, ob ich hier springen kann. Warte, ich bin oben. Ich bin oben. Oh, shit. Äh, Martin. Das sieht ungesund aus. Entschuldigung. Ist da jemand? Unhilflich. Hier redet niemand. Okay, einfach rein. Martin, wir müssen dadurch, wir müssen dadurch hinter dir. Renn. Renn du euch, das ist mir so scheißegal. Martin, geh vor. Okay, das ist crazy. Uweio. Okay, balancieren, balancieren, balancieren. Balancieren. Ja. Das ist ein bisschen Parkour ohne Jumpen. Also so ein No-Jump-Parcour. Shit, ey, ey, ey. Ey, 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 ey. Ich seh nicht, wo es lang geht. Oh, da hinten ist irgendwas. Nee. Das ist nicht nice aussieht. Ey, siehst du das da hinten? Das sieht ein bisschen nicht so nice aus. Komm hier, komm hier. Jetzt zu mir. Du musst geradeaus. Ich sag dir, wo es lang geht. Du musst geradeaus. Bisschen. Bisschen, bisschen. Okay, jetzt. Jetzt dreh dich nach rechts. Bisschen. Genau. Und jetzt geradeaus. 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 Das sieht ungesund aus, um ehrlich zu sein. Martin? Ja? Wo bist du? Ich komm gut am Freil. Und ne, Martin, ist das gerade dein Ernst? Ja. Okay, da. Ich schwöre, ich höre irgendwas, Digga. Ja. Martin, kommst du? Wie, du kannst nicht? Doch, du musst in Zelle 1. Du musst in Zelle 1 rein. Und dann musst du da durch und dann hoch und dann weißt du... Mach alles. Mach bitte. Schnell. Beil dich. Martin, bitte beil dich. Bitte. In Zelle 1. Genau. Genau. Grandparents got... Was? We might actually make it out. Sag mir, wenn du da bist. Sag... A lot of people don't know this, but I can actually say the whole alphabet in one second. Was ist? Okay, gut, dann wollen wir ein neues zocken. Okay, komm, okay, 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 lass ein neues. Ey, lass Granny, join mir, join mir, join mir. Ich hab das schon mal durchgespielt. Mein Vater kommt gleich, ich muss auf den Wald. Okay. Geh, ciao. Ja. Tschüss. Danke.